Heute werden wir unsere Basis von Monster verteidigen. Zumindest das, was ich gehört habe. Ehrlich gesagt bin ich mir selbst nicht ganz sicher, aber das ist ein Roblox Tower Defense Spiel, wo wir Sachen platzieren werden und dann sie verteidigen uns quasi. Sie verteidigen unsere Basis. Kennst du Blutes, TD6? Das ist so ähnlich, so ein Roblox. Schau uns mal auf, du kostet mit dir das Video. Tipps, Videos und alle sind kostenlos. Und wenn du es nur noch nicht getan hast, dann wird dich niemand mehr anrufen, denn ich werde nicht angerufen. Hallo? Leute, ich denke mir sowas nicht aus. Hab ich mir jemals etwas ausgedacht? Kann das Video 1000 Likes in einer Stunde bekommen, wenn ja, würde ich gleich das nächste Video hochladen. Ayo, check gerne mal mit der Beschreibung ab, denn da gibt es bestimmt ein paar Sachen, die nicht stehen werden. Aber siehst du gut aus. Legende Beschreibung. Okay, wir können hier anfangen. Ich habe noch keine Ahnung, was ich ehrlich gesagt tun soll hier, aber sieht ziemlich episch aus. Builds. What the... Okay, ich sehe schon, das wird... Warte, von wo kommen die Gegner? Die Gegner kommen... Warte, können wir das größer machen hier? Okay, warte, ich kann es einfach hier platzieren oder wie? Ich habe es platziert, let's go. Dann Gegenstände, Wände und platzieren. Okay, okay, ich sehe dich, dann. Fertig, okay, und jetzt? Kämpfe. Das ist ja Stage 1, also jetzt bin ich gespannt, ob wir das überleben. Kill Select. Oh, die Gegner kommen von da. Und, oh, ich sehe, ich sehe dich, ich sehe dich. Ja, der hat über drei Leben. Was zum Teufel ist mit seinem Gesicht los? Ich muss bestimmt ein paar Schläge bekommen haben, was du kennst. Kann ich dir vorstellen. Also, die kommen von hier und die wollen hier hin. Und wenn die hierher kommen, dann verlieren wir unser Leben. Fallen. Wir können Fallen platzieren. Let's go. Das ist episch. Hier gleich zum Anfang, okay. Ich sehe dich. Okay, dann lass uns kämpfen. Stage 2. Und wie will ich sagen? What? Die bekommen mehr... Die bekommen... Oh mein Gott, yes. Das ist... Oh nein. Oh nein. Ich glaube, einer kommt durch, oder? Bitte nicht, bitte nicht. Hörte sie. Ich habe das Gefühl, die haben mehr Angst als ich. Und jetzt? Man kann die upgraden, labern dich. Oh, ich sehe dich. Kann ich mir Robux kaufen? Wie ist das? 13.000. Ist das viel oder wenig? Ich weiß nicht, ob das viel oder wenig ist. Okay, warte mal. Ah, für 50. Wow. Ich hole mir 13.000 einmal von 350 Robux. Ich weiß nicht, ob das viel oder wenig ist, aber ich mache es einfach. Okay, wir können aber erst mal nur kämpfen. Also machen wir das mal. Okay. Hallo, ich kann mich nicht bewegen. Hilfe. Oh mein, wir haben ein Controller angeschlossen. Das ist ein Moment. Wir gewinnen das auf jeden Fall. Das steht fest. Bam. Jetzt sollte es wieder gehen. Also gleich. Okay, ich kann mich wieder bewegen. Gott sei Dank. Also, wir können jetzt halt verbessern. Hier, das können wir nochmal verbessern. Let's go. Nochmal. Wir haben 13.000. Das ist gemaxed. Genauso wie das hier. Können wir ebenfalls verbessern. Wozu ist die Wand eigentlich? Achso. Die Wand verändert die Route, sodass sie länger brauchen. Bro. Ich kann nicht sowas von sehen gerade. Jetzt ohne Scheiß. Okay. Ich würde sagen, wir werden einfach mal Stage 4 nochmal machen. Kämpfen wir mal. Gucken, ob wir das hinbekommen. Oder ob es klappt. What? Bro, nee. Das ist unnormal. Diese eine Kanone macht so unnormal viel, ne? Das ist doch ein... Ist das ein Witz? Es ist kein Witz. Warte, Shop. Hier kann man sich Coins kaufen. Äh, 16.000. Oh. Jetzt können wir für dieselben Robux mehr Geld bekommen. Game Passes. Double Coins. Ja, gut. Das wollte ich mal nicht. Ist okay. Ich gebe... Oh, Double Damage sogar brauchen wir aber erstmal auch nicht. Power Up und so weiter. Sofort. Kann man sich hier holen. Was soll man hier etwas bauen? Was... Oh, Spikes. Was gibt's? Alter. Nun, wir haben eine Menge Geld. Wir können uns einfach einen Tesla holen. Er ist der nächstbeste. Können wir aber nicht upgraden. Vielleicht sollten wir erstmal uns aufleveln. Crossbow zum Beispiel. Können wir den auch drehen irgendwie? Ich glaube, der dreht sich von alleine, ne? Den muss man nicht wirklich drehen. Wir können das hier machen, aber das wäre blöd. Man sieht auch seine Reichweite hier auf jeden Fall. Ich werde ihn einfach mal hier platzieren. Das Ganze ist eine ganz gute Gengs. Fertig. Let's upgraden wir ihn komplett ab. Let's go. Nice. Okay, dann lass uns mal in Stage 5 gehen. Bro, ich hab... Ganz ehrlich, wir sollten erstmal die ganze Zeit alle Stages machen, weil wir machen das easy peasy. Machen wir weiter ganz schnell. Okay, let's go. Es geht weiter. Oh, da gibt's stärkere jetzt. Alter, die haben mehr Leben. Stage 7. Ja, die haben deutlich mehr Leben. Jetzt kommen mehr davon. Bro, die sind ganz schön sauer. Kann das sein? Die sind sauer auf mich? Wieso bist du so auf mich? Was hab ich denn getan? Okay, Fight 8. Stage 8, meine ich. Und ja, also ihr könnt sehen... Oh, die haben... Wie viele Leben haben die einen? Die haben 6. 6. Die haben... Manche haben 10 und die sind schnell. Die muskulöser, die sind desto besser. Ich frag mich, was noch alles kommen wird. Aber jetzt wird's so ein bisschen trickier auf jeden Fall. Also, jetzt wird's auf jeden Fall deutlich crazier. Machen wir es so weiter. Jetzt... Ja, jetzt müssen wir langsam mehr kaufen. So wie es auch. Wir bekommen aber deutlich mehr Geld. Also ganz kurz. Ich werde mir auf jeden Fall hier Game Passes doppelt so viele Coins holen. Ich denke, das sollte sich lohnen. Ich hab ja noch keine Robux mehr übrigens. Also ich wollte es so kurz anmerken. Das ist lieber ein Leiter. Doppeltes Schaden wäre auch ganz geil, muss ich sagen. Ich glaube, das würde sich sogar lohnen. Aber ich würde sagen, wir haben hier ziemlich viel Geld. Wir sollten uns das nächste holen. Wir können natürlich auch Fallen holen. Das wäre ganz geil. Aber ich finde... Es sind Fallen überhaupt gut. Kanone 50.000. Ja, Fallen sind anscheinend sogar besser. Drei Schaden. Wir haben... Oh, wir haben den Laser auch... Äh... Gemaxed. Okay, ich seh dich. Ja, würde ich sagen, zu abwechselnd. Lass uns mal einfach mal ein bisschen was davon holen. Und erstmal zufrieden sein. Das sollte auf jeden Fall erstmal reichen. Und das werden wir komplett upgraden. Bis wir abgehen. Na gut, dann gehen wir in den nächsten Kampf. Lass mal sehen. Und das sieht ganz gut aus. Also wir sind sehr gut dabei. Die kommen halt nicht mal mehr zu den Stacheln, ne? Also wir sollen auf jeden Fall weitermachen, bis sie überhaupt zu den Stacheln kommen. Wir bekommen auf jeden Fall deutlich mehr Geld gerade. Hier gibt es auch... Hier, was ist das hier? Sands away. Healing 20 health to all enemies. Also da kann man quasi, wenn man gerade am Verkacken ist, kann man dort einfach Sachen holen, um einzuhelfen. Slow spawnen zum Spiel. So spawnen die langsamer. Das ist schon ziemlich geil. Und da... Oh, oh. Oh, warte mal. Das sieht doch nicht gut aus. Was zum Teufel? Ich meine, da seht ihr das? Bro, manche könnten durchkommen. Das ist verrückt. Wir haben fast verloren. Der eine kommt durch. Und wir haben gefailt. Wir schaffen die Stage nicht so. Ist das ein Witz jetzt? Das muss ein Witz sein. Wir müssen irgendwas holen, irgendwas machen. Wir könnten hier nochmal mehr Stacheln platzieren. Das sollte uns helfen, die nächste Stage zu schaffen. Aber gut zu wissen, dass man hier eiskalt fehlen kann. Okay. Wir können jetzt 30.000 jetzt holen. Okay, das ist okay. Wir machen erstmal fight. Wir sollten das jetzt schaffen. Jetzt sollte es klappen, weil theoretisch sollten wir auf jeden Fall genug haben. Also, wir haben ja nur gefailt, weil hier keine Stacheln waren. Er hat ja nur ein Leben. Deswegen, also, gut zu wissen, dass man sofort fehlt, wenn einer auch nur annähernd durchkommt. Aber zieh es mal rein. Die Zombies. Bro, die sind so stark, ne? Das ist einfach crazy. Aber es sieht geil aus. Ich mag es, wie es aussieht. So, okay. Nice. Jetzt bin ich gespannt, ob wir 12 auch schaffen können. Ich meine, ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Aber wir werden einfach abwarten. Und die Show ein bisschen genießen, weil dafür ist es da. Richtig, man genießt es einfach. Und, ja, die Ster... Uh, die Stacheln machen sehr guten Schaden auf jeden Fall. Alter, kommen da viele. Aber die sterben alle irgendwie so schnell. Ach, die brauchen... Die Zombies sind halt langsam. Und die sind halt länger bei den Stacheln. Deswegen macht das mehr Schaden. Alter, dieses Mal kommen wir auch noch mal viele. Wir bekommen auch viel mehr Geld. Das heißt, wir können diese Stacheln wieder upgraden. Okay, jetzt wieder nicht. Wir brauchen erstens 4500, um es nochmal zu upgraden. Okay, ich sehe nicht. Wir haben es geschafft. Nice. So, wir brauchen mehr Geld. Können wir nicht so schnell upgraden. 4500. Okay, dann brauchen wir noch ein bisschen mehr. Jetzt sind es fast nur Zombies. Oh, mein Gott. Aber Stacheln lohnt sich schon enorm. Komm, du gibst mir mehr Geld. Ich sterbe nicht, oder? Oh, mein Gott. Ich sterbe einfach nicht. Komm schon, bitte. Jetzt können wir es upgraden. Wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem. Scheiße. Oh, no. Wir haben verloren, ja. Okay, ich habe mir das für 100 Euro Robux geholt. Das sind eine Menge Robux. Ziemlich geil, auf jeden Fall. Und deswegen gehen wir jetzt zur Game Pass und holen uns Double Damage. Jetzt machen wir doppelt so viel Schaden. Also, das wird episch. So, dann lass uns kämpfen. Und jetzt machen wir doppelt so viel Schaden. Also, jetzt sollten wir das Easy Peas hinbekommen. Und das Ding ist, dass ich... Ah, hier. Speed Boost. Doubles. Ah, nee. Ich frage mich, ob man das irgendwie auch verstellern kann. Ich glaube nicht, dass man verstellern kann. Es wurde dann einfach immer heftiger und heftiger. Stage 13 ist geschafft. Gehen wir weiter jetzt. Jetzt, da wir doppelt so viel Schaden machen, sollten wir das Easy Peas hinbekommen. Wir bekommen doppelt so viel Coins, doppelt so viel Schaden. Wir können uns natürlich immer wieder Coins holen. Aber ganz ehrlich, wir müssen hier nichts verbessern, solange wir das schaffen. Und das hier ist Max. Das ist Max. Das ist Max. Das ist auch Max. Und das ist auch Max. Also, alles ist Max. Okay, ich sehe dich. Also, warte mal. Ich frage mich dann, ob die Map auch irgendwie größer werden kann. Weil, momentan ist die sehr klein, ne? Und ewig schon. Keine Ahnung. Kann natürlich auch sein. Uh, diese haben wir Skatte. Die haben 100 Leben. Die haben ein bisschen mehr Leben anscheinend. Das sieht interessant aus. Ich glaube, die haben auch mehr. Ja, die sind stärker, glaube ich. Die müssen stärker sein. Ey, die Fallen sind so geil, ne? Ich glaube, ich brauche echt mehr Fallen in meinem Leben. Und das kriegen wir hier nie an. Wisst ihr was? Ähm, okay, warte. Wir sparen noch ein bisschen mehr Geld. Ja, lasst uns aber weitermachen. Mal gucken auf der Stage, wo es nicht mehr weitergeht. Dann werden wir jetzt weitersehen. Ich werde es mal laufen lassen. Und gucken, ob wir zu welcher Stage kommen. Vielleicht so 20. Oder auch nicht. Das sieht schon ziemlich crazy aus. Alter. Das sieht so... Okay, aber wir kommen irgendwie durch. Die Fallen machen einen guten Job gerade. Ich bin echt bewundert, dass sie so einen guten Job machen. Ehrlich. Oh, wir können uns für Robux einfach den Eingang hier kaufen. Bro, das ist episch. Das ist echt geil. Oh no. Wir haben gefailt. Wir haben gefailt. Okay. Upstage 17 feilen wir. Das heißt, wir müssen jetzt wieder was kaufen. Ich glaube, wir werden uns mal so einen Tester hier gönnen. Oh, damit können wir den kompletten Weg verändern. Das ist irgendwie geil. Aber das ist nicht die beste Position, finde ich. Aber das ist cool, dass man das machen kann. Ich würde sagen, wir packen den am Anfang, den Tesla. Ich glaube, das wäre schon eine ganz gute Idee. Ich glaube, ich packe ihn am Ende. Ich packe ihn mal am Ende. Genau, so machen wir das. Können wir den upgraden? 5000. Okay, dann müssen wir ein bisschen sparen, um den zu upgraden. Okay, dann lasst uns einfach mal machen, machen, machen. Und gucken, was der Tesla so kann, weil das würde mich interessieren. Er sieht ziemlich cool aus auf jeden Fall. Okay, normalerweise kamen Leute durch, aber er macht... Er schießt Blitze einfach. Also er macht sehr guten Schaden. Nice, sehr gut. Okay, wir können den Tesla jetzt nochmal upgraden. Nice. Und das sollten wir hinbekommen, glaube ich. Ich glaube, das sollte klappen, denke ich mal. Warte, wir können hier sogar einstellen machen. Targets first, last. Okay, crazy. Also man kann hier sogar ein paar Sachen einstellen, wen sie attackieren sollen und so. Ziemlich cool. Okay, Stage 19 sieht gut aus. Der Tesla rettet uns dann immer wieder in den Arsch, ne? Weil der killtet alle, die zum Schluss kommen und die wir normalerweise noch nicht bekommen. Das ist ziemlich geil. Mich würde nur kurz interessieren, wie mehr Wände aussehen würden. Ich meine, U-Upgrades, was? Extra Row? Mehr Runden? Keine Ahnung, VIP? Was? 25% mehr Coins? Bro, ach, VIP haben wir schon. Ah, wir haben das schon, wir haben das schon. Hier, Wände. Das würde mich interessieren. Wie wir, ach, hier können wir noch mehr. Das wäre sogar ganz gut, glaube ich. Obwohl, da bin ich mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Aber das wäre ganz okay eigentlich. Dann hätte der Tesla mehr. Ich glaube, das mache ich tatsächlich. Der Tesla hat dann mehr. Das finde ich ganz geil. Oh, wir haben 15.000. Das heißt, wir können, oh, 50.000 kostet eine Kanone. Dafür würde ich gerne sparen. Dafür brauchen wir aber mehr Geld. Das heißt, wir werden erstmal den Tesla upgraden. Das wäre gut. Lassen wir upgraden. Eins. Und nochmal geht nicht. Okay, dafür brauchen wir 16.000. Das mache ich als nächstes auf jeden Fall. Weil ich glaube, das würde sich lohnen. Und jetzt würde er nicht sogar früher attackieren. Also das würde... Das ist jetzt Stage 20. Das könnte ein Boss sein, glaube ich. Ich meine, bis jetzt sieht es ganz normal aus. Aber vielleicht kommt ja ein Boss früher, später. Okay, der Tesla attackiert die jetzt hier. Oh mein, nein. Ne, bro. Okay, die sterben auch, die Ninjas. Ja, die sterben... Ja, also das ist das Ding. Deswegen, die attackieren immer den Ersten sozusagen. Das können wir einstellen. Attackieren sie die Letzten oder die Ersten. Timmig episch auf jeden Fall. Gefällt mir. So, jetzt können wir den Tesla noch einmal verbessern. Und jetzt zur Stage 21 gehen. Es wird nicht einfacher. Ey, diese Ninjas sind so unermal schnell, ne? Das ist doch echt ein Scherz, oder? Okay, mal schauen, ob wir in dieser Folge zu Stage 25 kommen würden. Das würde mich interessieren, ob wir das schaffen würden. Außerdem frage ich mich, ob wir auch Sachen löschen können. Das würde mich interessieren. Stage 21 ist aber auch geschafft. So, jetzt können wir Tesla noch... Ah, ne, der ist schon verbessert. Okay. Jetzt können wir sparen. Ich glaube, ich spare aber 50.000. Oder mehr Fallen. Das wäre auch ganz geil. Okay, bei Stage 22 kommen nur diese Ninja. Alter Schwede, ist das ein Scherz. Bro, die sind so schnell, ne? Aber ich glaube, unsere Fallen machen einen sehr guten Job. Ja, wir sind schon sehr gut dabei. Ich glaube, keiner sollte durchkommen. Obwohl, die sind echt schnell. Ich bin mir da echt nicht sicher, ehrlich gesagt. Ne, keiner kommt durch. Okay, Gott sei Dank. Kommt nicht mal irgendwie so ein Boss oder sowas? So, jemand, der so gigantisch ist? Vielleicht kommt der ja noch früher später. Das Geile ist, die Level bringen uns jetzt unnormal viel Geld. Unnormal viel Geld. Das heißt, wir haben bald 50.000. Ich meine, wir bekommen ja doppelt so viel Geld durch unseren Bonus. Aber ganz ehrlich, ich glaube schon, in der nächsten Station, wenn wir nichts kaufen, sollten wir 50.000 bekommen. Für die Kanone. Es gibt hier sogar Sachen für 6.000.000 und so. Also, frag mich nicht, was da abgeht, aber ich weiß noch nicht, ob ich das wissen will. Es werden früher oder später, wenn ihr mehr davon sehen wollt, würde ich das sogar machen. Aber ja, nur wenn ihr mehr davon sehen wollt, also lasst mich in den Kommentaren wissen. Wenn du mehr davon sehen willst, schreibt Hashtag mehr in die Kommentare. Oh mein Gott, das ist nicht gefühlt unendlich. Was zum Teufel? Ja, okay, das ist jetzt verrückt. Das ist die Definition von krank. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Ich glaube, obwohl, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Wie wäre es? Oh, das sind sogar Ninja. Wow, ich glaube, das könnte sehr knapp. Ja, ne, das schaffen wir leider nicht. Ah, das sind zu viele, glaube ich, oder? Bro, ich schicke gerade gar nichts. Ich weiß nicht, ob das möglich ist oder... Oh mein... Ja, ne, wir haben verloren. Wow. Die sind aufgefallen, ich habe mich noch gar nicht hier umgesehen, aber ich finde das hier am interessantesten, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, ich habe jetzt etwas erfolgreich gelöscht. Dann lass uns hier mal mehr Stacheln hin tun, das wäre ganz geil. Weil die Stacheln sind besser und dann sollten wir es wahrscheinlich hinbekommen, das Level. Jetzt haben die deutlich weniger Leben, wodurch sie nicht zum Ende kommen. Wir haben es geschafft, nice. Okay, jetzt können wir noch nicht die Kanone bauen, ernsthaft. Okay, aber wir haben es bis Level 25 geschafft, das ist ziemlich geil. Lass es noch um, wenn du mehr davon sehen willst, abonnieren, kostenlos, aktivieren, locker und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bye.